Musik Hallihallo, willkommen zur Level 8 von HackTheSite.org Diesmal wollen wir mehr oder weniger eine Bank hacken, beziehungsweise ein bestimmtes Bankkonto von Gary Hunter, we don't know the account name, sollen wir 10 Millionen Dollar nach DropCash überweisen und anschließend Logfiles löschen. Gut, das ist die Seite von dieser Bank. Und hier steht Register, it's for free, bla bla bla. Okay, hier können wir nach Benutzern suchen. Hier gibt es Hilfe. Hier kann man registrieren. Login, beziehungsweise Home. Gut, was ich schon mal gemacht habe, ich habe mich hier schon mal registriert mit einem Benutzernamen Demo123456 und dem Kennwort Demo123456. Also, einfach hier mal kurz registrieren und dann Unterlogin mit Demo123456 anmelden. Login. So, welcome Demo123456. Also, wir haben hier irgendein Passwort, IPIA. Wir haben 0 Dollar drauf. Clear Personal Files im Folder. Gut, also, wir brauchen als erstes den Account von Gary. So, hier können wir nach Benutzernamen suchen. Den Benutzernamen wissen wir noch nicht. Also, was bietet sich in diesem Fall besser an als eine SQL Injection? Also, was wir immer hier wir eingeben, machen wir oder 1 ist gleich 1 und alles, was nachher noch kommt, wird entsprechend auskommentiert. Das SQL wird ungefähr so aussehen. Ich schreibe es mal hier in die Konsole. Also, select Stern from users where username gleich. Und dann kommt hier, was wir in das Eingabefeld geschrieben haben. Also, die Hochkomma kommen dann noch automatisch dazu. Und deswegen wollen wir folgendes machen. Wir wollen das Escape, sozusagen den String beenden. Oder 1 ist gleich 1 und alles, was jetzt noch kommt, auskommentieren mit zwei Strichen. Dadurch sollten eigentlich alle Ergebnisse zurückgeliefert werden. Okay, kurz danach gesucht. Das gibt eine große Menge an Datensätzen. Ziemlich viele. Und hier ist unser Gary William Hunter mit den entsprechenden Daten. Also, mal kurz notiert. Das heißt, es ist Gary William Hunter Minus, Minus, Leerzeichen. 5 Dollar Leerzeichen und 2 Minus. Okay. Gut. Die Seite ist ewig lang und wahrscheinlich sogar sie lädt immer noch. Mal abbrechen. Mal schauen, ob sie es wieder hinbekommt. Sieht schlecht aus. So, mal sehen. Gut. Hier wieder auf der Seite, wo wir angeloggt sind. Und wir wollen sozusagen in den Account von Gary William Hunter rein. Wollen dort Geld überweisen. Also, die Frage ist jetzt, wir haben uns hier eingeloggt, wie identifiziert uns die Webseite eigentlich, dass wir das sind. Und wenn wir uns in den Developer Tools ansehen, okay, den Response Header, da gibt es sicher Cookie, Set Cookie, Account Username und Account Password, Thema 123456, Thema 123456. Also, unser Benutzer und unser Passwort wird bei jedem Request zwischen Client und Server mitgeschickt. Und netterweise das Passwort hier auch noch in Klartext. Das ist ziemlich ungut. Sollte so nicht sein. Denn, was wir jetzt haben, wir haben hier Gary William Hunter als Username und das, die Dollargeschichten als Passwort. Das heißt, was wir jetzt machen können, wir können, wenn wir auf dieser Seite sind, hier können wir auch Geld überweisen. Jetzt ändern wir unser Cookie hier, das uns identifiziert, gegenüber dem Server, auf Gary William Hunter und überweisen dann an den Drop Cash die entsprechenden 10 Millionen US-Dollar. So, wie machen wir das? Dokument.cookie mit JavaScript. Dokument.cookie sehen wir hier, das sind die Cookies, die wir an den Server schicken. Und diese Cookies werden wir jetzt abändern. Dokument.cookie gleich document.cookie, alles was drin steht, ups, Punkt Replace, bitte, Account Password ist gleich Demo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ersetzen mit Account Password ist gleich minus, minus, Dollar, 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 minus, minus. Und außerdem möchten wir noch Replace Account Username Demo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ersetzen mit Account Username ist gleich Demo Nein Gary William Hunter ersetzen. So, wenn wir jetzt Dokument.cookie aufschreiben, Gut, da habe ich mich wo verschrieben. Der Account Username Account Username ist gleich Demo, 1, 2, 3, 5, 6, das Passwort würde schon stimmen, der stimmt noch nicht, also den wollen wir ersetzen durch das. Das haben wir schon, geben wir mal weg. Sips. So, jetzt Gary William Hunter und das Passwort ist auch entsprechend. So, jetzt, wenn wir jetzt Daten zum Server schicken, machen wir das unter diesen Account Nimmer. Also, wir sind jetzt der Gary William Hunter und wir stehlen diesen jetzt entsprechend Geld. Nach Dropcash wollen wir überweisen und zwar 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Millionen Dollar. Transfer, congratulations, one objective done. So, jetzt geht es noch darum, dass wir die Logfiles löschen müssen. Also, gehen wir wieder zu dieser Login-Seite, wo wir waren. Demo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Demo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hier gibt es Clear Files im Personal Folder. Also, meine persönlichen Dateien löschen, wir wollen aber nicht die persönlichen Dateien löschen, wir sollen alle Dateien löschen, also alle Logfiles. Das war so die Aufgabe. Gut, wenn wir jetzt mit den Developer Tools und diesen Button ansehen, dann sehen wir, da ist ein Formular, Clear Directory, PHP wird das Formular hingeschickt und das verzeichnet System 1, 2, 3, 4, 5, 6 SQL Files, also sozusagen Benutzername SQL Files und dann werdet ihr die Dateien da drinnen löschen. Wir wollen jetzt ja nicht diese, sondern wir wollen Logfiles löschen. Wir ändern das ab und schicken diese Daten dem Server und wenn der das nicht ordentlich validiert, dann ist die Mission somit erledigt. Congratulations, successfully completed Mission 8. Also, was sind die Probleme dieser Seite? Einerseits ist es nie eine gute Idee, Kennwörter hin und her zu schicken, weder in Klartext noch gehasht. Nie gut, nie, nein, echt nie, gar, gar nicht, überhaupt nicht, nö, nö, nö. Das zweite, also wenn man was hin und her schicken muss, als eindeutige Identifikation, dann ist das bitte ein signierter Togen. Das zweite, wir haben ein Cookie geklaut. Durch den Cookie Clow, auch wenn es ein Token ist, können wir natürlich uns als diesen Benutzer ausgeben. Allerdings haben wir das Cookie dem Sinn nicht geklaut, sondern wir haben einfach nichts anderes gemacht, als die entsprechenden Werte eingesetzt. Wir haben wieder eine SQL Injection gemacht, also hatten wir in anderen Videos auch schon keine gute Idee, einfach alles eins zu eins in den Plain-Text in einen SQL-String reinzugeben, also immer mit parametrisierten Abfragen arbeiten und dann eben, wie gesagt, das Thema Klartext und keine signierten Informationen in Cookies, denn ansonsten ein Cookie stehen ist schon schwieriger, da müssen wir mit dem Garrym-William-Hunter schon etwas Cross-Side-Scripting machen, was auch geht, aber etwas schwierig ist, wie gesagt, und natürlich auch hier mit dem Clear-Log-Files, hier kann ich irgendwas angeben, ich meine, irgendeinen relativen Pfad oder sonst irgendwas und der Server führt das einfach raus, das ist ein ganz toll, wenn man die ganze Festplatte löschen will oder ähnliches. Gut, in diesem Sinne, immer gut Eingabevalidierungen machen und viel Spaß beim selber nachbauen. Ciao. Eingabevalidierungen